Um gezielt Sichtbarkeit bei Google für den organischen Bereich aufbauen zu können, reicht es längst nicht mehr, nur aus dem Bauch heraus seine Textinhalte zu konzipieren. Vielmehr geht es darum, den richtigen Inhalt für die Zielgruppe zu entwickeln, der sowohl auf das zuvor definierte Content-Ziel einzahlt, als auch eine entsprechende Suchnachfrage bei Google vorweist. Um hochwertige und zielgerichtete Inhalte für die Zielgruppe und Google zu konzipieren, solltest du dir unsere Content-Suite genauer anschauen. Dort kannst du verschiedene auf dein Content-Ziel abgestimmte Analysen umsetzen und deinen Inhalt so entwickeln, dass dieser möglichst viele Relevanzsignale an Google für dein Thema bzw. für das Keyword übermittelt. Angefangen von der WDF-IDF- und W-Fragen-Analyse, der Content-Format-Analyse bis hin zur Überprüfung von Duplicated Content. Unser eigens entwickelter Content-Editor hilft dir auf Basis der zuvor erhaltenen Analysen in Echtzeit Hilfestellungen zu geben, um den möglichst perfekten Textinhalt zu entwickeln. Schauen wir uns die Content-Suite nun im Detail an. Vorweg sei gesagt, bei Interesse kannst du uns jederzeit kontaktieren und wir zeigen dir gerne die Content-Suite in einem persönlichen und natürlich kostenlosen Webinar. Den Link findest du in der Beschreibung. Lasst uns eine gemeinsame Content-Optimierung umsetzen und Schritt für Schritt möchte ich euch zeigen, wie hilfreich und zeitersparend die Content-Suite für euch sein kann. Zunächst einmal geben wir einen Titel ein, papierloses Büro als Test. Dann wählen wir den Ort, ob in einem Ordner das Ganze abgespeichert werden soll, ob das ein Kunde ist, ob das ein Thema ist. Das könnt ihr, wie gesagt, frei und selbst bestimmen. Dann gilt es, das entsprechend zu optimierende Keyword entsprechend anzugeben. Entweder in eurem bereits vorhandenen Keyword-Set oder ihr habt die Möglichkeit, jedes beliebige Keyword auch hier im rechten Bereich hinzuzufügen und dann die Analyse entsprechend später anzustoßen. Wir wählen das Device aus, die Suchmaschine, für die wir optimieren wollen und solltet ihr einen lokalen Bezug in euren Textinhalten haben, habt ihr die Möglichkeit, hier einen Standort entsprechend anzugeben und dann euch die Entwicklung auch auf lokaler Ebene anzeigen zu lassen. Ganz wichtig ist, bereits bestehende URLs, die optimiert werden sollen, gebt ihr in dieses Feld ein und stoßt dann die Optimierung entsprechend an. Nun erfolgt ein mehrstufiger Setup-Prozess, wo verschiedene Analysen, verschiedene Informationen für das spätere Briefing, für die spätere Umsetzung im Content Editor ermittelt werden. Im ersten Schritt geht es darum, vier weitere zum Hauptkeyword relevante Keywords auszuwählen, die euren Textinhalt am besten beschreiben. Also ist der Artikel eher holistisch geprägt? Wollt ihr eher einen spitzen, sehr fokussierten Artikel auf ein Thema umsetzen? Wählt entsprechend andere Keywords. Im zweiten Schritt habt ihr dann die Möglichkeit, bestimmte URLs abzuwählen, die als Basis unserer Analyse dienen. Hier empfehlen wir möglichst alle URLs bestehen zu lassen, es sei denn euer Kunde oder ihr wollt die ein oder andere URL vielleicht aus der Analyse herausnehmen. In dem nächsten Schritt geht es dann darum, die entsprechenden WDF-IDF-Terme zu analysieren und zu verwenden. Anders als bei der klassischen WDF-IDF-Analyse bekommt ihr nicht einfach nur die Terme in Anführungszeichen hingeworfen, sondern ihr habt die Möglichkeit, auch hier auf Basis eures Content-Ziels, eures Inhalts, nur die relevanten Terme für euch auszuwählen. Das macht Sinn und ihr habt die Möglichkeit, über verschiedene Hilfestellungen, beispielsweise zeigen wir euch an, wie häufig ein Keyword bei den Wettbewerbern entsprechend in Verwendung ist. Das heißt, wir haben fünf Themen-Keywords ausgewählt und wir analysieren die jeweils 30 bestplatzierten im organischen Bereich bei Google. Das heißt, wir haben im besten Fall 150 URLs zur Verfügung, mit denen ihr dann die WDF-IDF-Terme für euren Content, für euer Content-Ziel bestimmen könnt. Zielstellung sollte sein, roundabout 30 bis 40 Content-Terme zu definieren, die dann später in euren Textinhalt in verschiedener Frequentierung, da hilft euch der Content-Editor, der Content-Suite, entsprechend eingebaut werden. Im nächsten Schritt geht es darum, die richtigen W-Fragen zu ermitteln. Auch hier ist es wichtig, dass ihr natürlich nur die W-Fragen auswählt, die für euren Inhalt relevant sind. Auch hier analysieren wir die jeweils besten 30 Webseiten zu dem jeweiligen Keyword. Das heißt, ihr bekommt direkt eine Wettbewerbsanalyse geliefert, welche W-Fragen beantwortet der Wettbewerber, welche sind relevant. Die Relevanz 100% seht ihr dann entsprechend auf das Haupt-Keyword bezogen. Ihr seht direkt die Quelle, habt die Möglichkeit auch direkt auch euch Inspiration einzuholen beim Wettbewerb, bei dieser Quelle eben, um eure Frage bzw. euer Briefing bestmöglich vorzubereiten. Habt ihr alle Fragen entsprechend ausgewählt, die für euer Content-Ziel relevant sind, die habt ihr hier die Möglichkeit, direkt auch die Fragen so umzuformulieren, wie sie später in eurem Text vorkommen sollen, geht es an den nächsten Schritt. Und zwar im nächsten Schritt geht es darum, die Neben-Keywords zum Haupt-Keyword zu definieren. Also, welche Keywords sind ansonsten noch wichtig, die ich wöchentlich und regelmäßig in die Analyse aufnehmen möchte. Hier einfach das Pluszeichen klicken und dann kann ich bis zu 10 weitere Keywords, die mir dann später im Dashboard angezeigt werden, anzuzeigen. Ganz wichtig in dem Bereich ist dann die Verknüpfung der Google-Daten, also in dem Fall Google Analytics und die Google Search-Konsole. Denn beide Tools sind extrem hilfreich, liefern mir wichtige Insights für meine spätere Content-Entwicklung und auch als Basis, wie sich der Content nach der Optimierung entsprechend entwickelt hat. Ist dieser Schritt entsprechend umgesetzt, geht es im nächsten Schritt darum, bestimmte Zieldaten festzulegen. Angefangen mit der Anzahl der Wörter, die Wortanzahl. Hier geistern extrem viele Mythen, mit 300 Wörtern sollte man mindestens haben, eher 500 Wörter. Nein, es kommt nicht auf die Wortanzahl an, sondern auf die Qualität des Textes, auf die Qualität des Inhaltes. Es ist in der Tat so, dass eher Webseiten mit einer höheren Anzahl an Wörtern Top-Positionen bei Google einnehmen, aber es ist nicht das alleinige Entscheidungskriterium. In dem Fall habt ihr die Möglichkeit, eine Wettbewerbsanalyse umzusetzen, in einem Tab entsprechend euch das anzuschauen und hier zu schauen, wie viele Wörter denn die Wettbewerber entsprechend verwenden. Ihr habt die Möglichkeit, das pro Keyword oder pro Themen Keyword euch anzeigen zu lassen, indem ihr oben diesen Filter setzt und dann entsprechend nach Position das Ganze sortiert. So habt ihr einen sehr schnellen und schönen Überblick, wie viele Wörter denn die Top 10 beispielsweise verwenden. Erinnert euch, insgesamt analysieren wir ja die Top 30. Aber die vorderen Seiten, und das ist ja die Annahme, machen scheinbar ja etwas besser als andere. Deswegen reicht hier der Fokus auf die ersten 3, 5 oder 10 Seiten. Im rechten Bereich habt ihr weitere Filtermöglichkeiten. Neben der Anzahl der Wörter könnt ihr beispielsweise die H-Überschriften analysieren, wie viele Bilder verwendet der Wettbewerb, wie viele Fragen hat der Wettbewerb quasi im Einsatz und, und, und. Also auf dieser Basis, und jetzt springen wir wieder zurück, habt ihr dann die Möglichkeit, den tatsächlichen Zielwert, was die Wörter angeht, zu bestimmen. Die Termabdeckung 75% ist ein Zielwert im Rahmen der WDF-IDF-Analyse bzw. Termabdeckung. Hier geht man davon aus, dass mindestens 75% der in Schritt 3, also der Termbestimmung, ausgewählten Keywords auch nachher im eigentlichen Text vorkommen sollten. Das wird ebenfalls in Echtzeit überprüft und könnt ihr jederzeit später einsehen. Im nächsten Schritt können wir den Flash-Reading-Index-Zielwert festlegen. Hier geben wir an, wie schwer lesbar der Text sein soll. Also handelt es sich um lange, verschachtelte Sätze, kurze, knackige Sätze, die leichter zu verstehen und zu lesen sind. Das kann man hier angeben. Wir sehen den Durchschnitt auf die Top 30 bezogen entsprechend angegeben. Die Relevanzschwelle für Termplatzierung 10%. Diesen Wert würde ich euch bitten, mal im Hinterkopf zu halten. Das möchte ich euch im nächsten Schritt zeigen, was dieser 10%ige Ansatz genau bedeutet. Das ist einfacher zu verstehen. Im weiteren Bereich habt ihr die Möglichkeit, noch auf Stoppwortlisten zuzugreifen, Blacklists, was Stoppwörter angeht. Das spare ich mir für das heutige Video. Wenn da Fragen sein sollten, gerne einfach melden. Ist dieser Setup-Prozess dann vollzogen, haben wir die ersten Schritte geschafft. Jetzt gehen wir noch in die Detailanalysen rein. Den Bereich Mitbewerberübersicht habt ihr eben schon gesehen, als wir den Zielwert für die Wortanzahl festgelegt haben. Die klassischen SEO-Faktoren, die überspringe ich in dem Fall, zeigen nochmal ganz grob ein paar On-Page-Faktoren auf. Ein paar klassische SEO-Themen, um einfach sich nochmal zu vergewissern, dass mit der zu optimierenden Seite alles in Ordnung ist bzw. keine gröberen Fehler zu verzeichnen sind. Schauen wir uns nun die Termplatzierung an. Die Termplatzierung ist eine weitere sehr wichtige und hilfreiche Analyse der Wettbewerber. Und zwar analysieren wir jetzt sehr genau die verschiedenen Keywords, in welchen unterschiedlichen Website-Bereichen bestimmte Keywords implementiert wurden. Wenn wir das Ganze auf den ersten Bereich Switchen vorkommen, in Top-URLs, dann sehen wir, dass 82% das Keyword Papierloses im eigenen Title verwenden. Oder wir sehen, dass 65% das Keyword Papierloses in einem Aufzählungszeichen in dem LI-Tag, also im HTML-Tag LI, entsprechend nutzen. Dokumente beispielsweise wird von 45% der Seiten noch für den LI-Tag verwendet. Und ich habe es gesagt, wenn 10% der Wettbewerber das Keyword in einem bestimmten Element haben, dann wird mir das später in der Content-Erstellung als relevant angezeigt. Hier seht ihr auch nochmal die 10% ganz rechts. Hier habt ihr die Möglichkeit, diese dann auch noch entsprechend anders zu justieren, sofern da Bedarf ist. Im Bereich WDF-IDF sehen wir sehr schön in der Theorie, wie sich die aktuelle Situation darstellt. Hier findet ihr die entsprechenden WDF-IDF-Termine, die wir ausgewählt haben. Die hellblauen Bereiche sind die Wettbewerber, das heißt die durchschnittlichen Wettbewerber, wie häufig ein bestimmtes Keyword verwendet werden. Die gestrichelte Linie ist dann eure Webseite. Ihr seht dann, die grüne ist die URL und die orangen ist die, die hier im Content-Editor entsprechend hinterlegt ist. Und deswegen können da auch noch Differenzierungen sein, weil die entsprechend noch nicht veröffentlicht wurde. Der obere Bereich, den nennen wir die Spam-Kurve, den Spam-Bereich. Hier sollte man, wenn möglich, mit der eigenen Webseite nicht drüber liegen. Erfahrungen zeigen, dass die Top 1, Top 2 Platzierungen eher im oberen Drittel aber wiederzufinden sind. Also ähnlich, wie es diese Kurve hier darstellt. In der Content-Format-Analyse habt ihr dann die Möglichkeit, die weiteren Content-Elemente eurer Wettbewerber zu analysieren. Das kann extrem hilfreich sein, um sich auf der einen Seite inspirieren zu lassen, aber auch um einen Überblick zu bekommen, wie sich die verschiedenen Content-Formate entsprechend beim Wettbewerber darstellen. Wenn ich das Ganze mal nach Bildern sortiere, dann seht ihr, dass hier zum Beispiel eine Webseite 15 Bilder verwendet hat. Keine Videos, keine weiteren Tabellen oder PDF-Dateien. Die Bilder kann ich mir auf Klick anzeigen lassen. Das heißt, ich kann mir sehr schön anschauen, welche Bilder entsprechend Verwendung finden. Und da ich nicht immer alle Bilder in die Analyse aufnehmen möchte, gibt es auf der rechten Seite eine Filteroption. Also Thumbnails möchte ich in der Regel von meiner Analyse ausnehmen. Das heißt, bei 500 Pixel und mehr schließe ich entsprechende Thumbnails aus. Und ihr seht, wenn ich mir das jetzt nochmal anschaue, sieht das Bild schon anders aus. Beispielsweise sind hier noch drei Bilder verfügbar, die ich mir entsprechend anschauen kann. Oder wenn ich das Ganze nach PDF-Dateien mir sortiere, dann sehe ich, welche PDF-Dateien vom Wettbewerb verwendet werden. Ich kann mir die aufrufen und dann mir ebenfalls Inspiration einholen, ob eine PDF-Datei zusätzlich zu meinem Textinhalt entsprechend sinnvoll ist. Im Medien Explorer habe ich dann die Gesamtsichtbarkeit. Auch hier kann ich extrem viel Inspiration mir einholen. Ich habe gleiche Filterfunktionen, kann auch nach Suchwörtern das Ganze entsprechend eingeben und mir dann Bilder entsprechend anschauen. So, wenn wir das alles gemacht haben, wir uns einen Überblick verschafft haben und ihr seid eine Agentur, hättet ihr theoretisch die Möglichkeit, noch ein Briefing zu erstellen. Das möchte ich aus Zeitgründen aber hier entsprechend auslassen, euch nur ganz kurz zeigen. Ihr habt die Möglichkeit, ein vollständiges Briefing für euren Texter, für eure Agentur, für wen auch immer umzusetzen. Mit der Möglichkeit, die zuvor analysierten Bereiche über Briefing-Elemente mit in das Briefing zu integrieren. Und dieses Briefing wird dann auch im eigentlichen Content-Erstellungsprozess, also im Content-Editor, jederzeit verfügbar sein. Gehen wir nun in den Content-Editor. Zunächst einmal solltet ihr euren Text, den ihr optimieren wollt, per Copy und Paste in den Content-Editor integrieren. Ihr habt einen vollständigen Editor, mit dem ihr alles entsprechend machen könnt. Ihr habt die Möglichkeit, verschiedene H-Überschriften zu integrieren oder auch jede andere Formatierung entsprechend umzusetzen. Im ersten Bereich schauen wir uns die Termverwendung an. Hier haben wir gesagt, es ist relevant, die WDF-IDF-Terme in den Text entsprechend zu integrieren. 75% war der Zielwert und ihr seht, in der optimierten Version sind es bereits 76%. Ich möchte euch kurz diese Darstellung erklären. Die relevanten Keyword- oder WDF-IDF-Terme, Must-Have-Terme, sind hier entsprechend deklariert. Diese kamen am häufigsten beim Wettbewerber vor. Empfohlene Terme und dann auch ergänzende Terme sind dann entsprechend je nach Content-Ziel bzw. je nach Entwicklung eures Contents zu integrieren. Wichtig zu wissen ist, dass es nicht darauf ankommt, ob ihr jetzt 75% oder 72% habt. Entscheidend ist, dass der Text gut lesbar, inhaltlich, fachlich einwandfrei ist und für eure Zielgruppe relevant ist. Für Google dann noch eine extra Meile zu gehen, nur weil man das Keyword unterbringen möchte, ist nicht zu empfehlen. Wie gilt es jetzt, diese Inhalte oder diese Daten zu verstehen? Wir geben dir an oder wir geben dir Hilfestellung, wie häufig der Term in deinem Text vorkommen soll. Das ist abhängig von der Textlänge. Deswegen kann es durchaus sein, wenn ich jetzt diesen kompletten Text löschen würde, dass dann die Empfehlung eine völlig andere ist. Im Moment seht ihr noch, dass ich 49 mal das Keyword Papierloses im Einsatz hatte. Jetzt sind es nur noch 37, weil ich den Text verändert habe. Und auch die Empfehlungen werden andere. Das bedeutet, die Zahl 37 sagt, dass 37 mal das Keyword im Text vorkommt. Die 11 ist die Zahl, die sich an dem durchschnittlichen Wettbewerb messen lässt. Und erinnert euch, wir haben gesagt, im besten Fall liegen wir oberhalb dieser Grenze, aber unterhalb der Spamkurve. Ich blende das auch nochmal ein. Das bedeutet, solange der Balken grün ist, befinde ich mich in diesem Relevanzbereich. Ist er rot, befinde ich mich darüber. Und ist er blau, bewege ich mich unter dem durchschnittlichen Wettbewerb. Also besteht durchaus noch Bedarf, sofern es von der fachlichen und inhaltlichen Seite zu rechtfertigen ist, weitere Keywords in den Text unterzubringen. Im nächsten Schritt gehen wir auf die Termplatzierung. Hier haben wir gesagt, die Termplatzierung sind weitere Keywords, die in verschiedenen Website-Elementen wie der H-Überschrift, der H1, H2, H3 bis H6 im Titel, in der Meta-Description oder auch in Bildern usw. entsprechend vorzufinden sind. Und da wir diese 10%ige Relevanzschwelle festgelegt haben, bekommen wir nun all jene Keywords angezeigt, die aus dieser Analyse entstanden sind. Das heißt, ihr bekommt jetzt die Möglichkeit, sofern das, und das kann ich nur nochmal wiederholen, es inhaltlich passt, diese Keywords in euren Artikel entsprechend einzustellen. Die Termplatzierung ist kein K.O.-Kriterium, kein Ranking-Kriterium, sondern es geht letztendlich darum, möglichst viele verschiedene Relevanzsignale an Google zu übermitteln. Und hier kann eben das ein oder andere dazu beitragen. Im nächsten Schritt geht es um die W-Fragen. Hier kann ich die W-Fragen ganz gezielt meinem Text hinzufügen und kann sie abhaken, wenn ich das Ganze erledigt habe. Ich habe nochmal die Quelle, das heißt, ich kann mir die entsprechend aufrufen und im Schreibprozess mir auch nochmal Inspirationen holen. Und wenn ich eine Frage vollständig beantwortet habe, kann ich die entsprechend markieren und sehe dann den aktuellen Status. Im Briefing hatten wir den Flash-Reading-Index festgelegt. Auch hier können wir unseren Inhalt daraufgehend überprüfen und nochmal nachvollziehen, ob wir in diesem Relevanzbereich für uns tatsächlich mit dem Inhalt sind. Gleiches gilt für die Anzahl der Wörter. Hier haben wir einen Zielwert von 2000 festgelegt. Aktuell haben wir 1810, also das Ziel zu 91 Prozent erreicht. Im nächsten Schritt haben wir dann die Möglichkeit, das Snippet zu optimieren. Nicht nur Text und der Inhalt ist wichtig, sondern auch die Präsentationsfläche quasi in den organischen Rankings, in den Serbs nennt man das auch, kann entsprechend bestimmt werden. Und sollte man bestimmt, man sollte Google, man sollte nichts dem Zufall überlassen, sondern Google möglichst viele Hinweise und Anregungen geben, wie ich mich quasi entsprechend im organischen Bereich bei Google darstellen möchte. Und auch hier haben wir einen Snippet-Generator gebaut, den du auf Basis der zuvor analysierten Themen gestalten kannst. Erinnert euch, die Termplatzierung, die 10 Prozent, sagen mir, dass papierlose 10 Prozent bei meinen Wettbewerbern entsprechend im Titel vorkam. Und auch hier habe ich entsprechend das Keyword vom Wortstamm in den Titel übernommen und es wird mir entsprechend hellblau angezeigt. Bitte macht nicht den Fehler, auf Teufel komm raus, all diese Keywords irgendwie unterzubringen. Es geht darum letztendlich, auf der einen Seite zwar Google ein Signal zu übermitteln, aber im ersten Schritt geht es darum, den Nutzer zu überzeugen, ihn neugierig zu machen auf das, was ihn quasi im Text erwartet. Gleiches gilt dann für die Description. Auch hier habt ihr die Möglichkeit, dann euch leiten zu lassen und sofern es von der Formulierung von eurer Vorstellung her passt, das ein oder andere relevante Keyword mit einzunehmen. Das Schöne ist, ihr habt die Möglichkeit, den Wettbewerb zu analysieren und euch hier auch die Konkurrenz, die Snippets der Konkurrenz anzuschauen und euch auch hier nochmal vielleicht sogar Inspiration einzuholen. Im nächsten Schritt, wenn der Text geschrieben ist, gibt es die Möglichkeit, eine Art Feintuning vorzunehmen. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, euren Text nach Füllwörtern, langen Sätzen, Abkürzungen, Rechtschreibfehler, Grammatikfehler, Groß- und Kleinschreibung entsprechend separat nochmal zu analysieren. Also sind falls beispielsweise zu viele Füllwörter vorhanden, kann ich an meinem Text nochmal entsprechende Optimierungen vornehmen. Gleiches gilt für Grammatikfehler, Rechtschreibfehler oder die eben zuvor genannten weiteren Aspekte. Wenn wir das gemacht haben, gibt es die Möglichkeit, einen Duplicate-Content-Check umzusetzen. Das heißt, wir prüfen für dich, welche Texte in der Form bereits in anderen Texten oder Inhalten verfügbar ist. Auch hier nochmal der Blick in die SEO-Basics. Duplicated-Content ist in Anführungszeichen Gift. Sollte man darauf achten, dass man hier keine doppelten Inhalte entsprechend Google zur Verfügung stellt. Sollte das auf externer Seite geschehen, solltet ihr natürlich entsprechend urheberrechtlich das Ganze prüfen. Aber insgesamt wird hier geprüft, wie häufig bestimmte Wörter oder Wortgruppenabsätze entsprechend in der Form im Netz quasi verfügbar sind und es gegebenenfalls Sinn macht, hier entsprechende Änderungen noch vorzunehmen. Auf vielfachen Wunsch unserer Kunden gibt es einen neuen Bereich Revision. Es gibt automatische Zwischenspeicherungen, sodass ihr also auf verschiedene Versionen jederzeit zurückgreifen könnt und diese wieder entsprechend zurückführen könnt. Des Weiteren gibt es auch die Möglichkeit, die Inhalte zu exportieren bzw. auch die Inhalte von einer URL zu importieren. Hier müsst ihr mal schauen, ob entsprechende Textüberhänge, so möchte ich es mal nennen, mit integriert werden. In der Regel empfehlen wir, den Textinhalt per Copy und Paste in den Editor zu integrieren. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, entsprechend den vorhandenen Text, entsprechend als Word-Dokument, Markdown-Dokument oder als TXT-Datei entsprechend zu exportieren. Dann habt ihr die Möglichkeit, auch mit unterschiedlichen Editoren zu arbeiten. Mit dem klassischen Visivik-Editor, den wir gerade hatten, mit einem Markdown-Editor oder mit einem reinen HTML-Editor. Auch das könnt ihr jederzeit verändern und entsprechend auswählen. Ist das erfolgt, blicken wir nun ins Dashboard. Im Dashboard findet ihr eine Statusanzeige. Wie ist der Status der Optimierung? Wie sind die Entwicklungen in der Google-Search-Konsole, bei Google Analytics? Und wie haben sich die Neben-Keywords, die wir zuvor ja entsprechend definiert haben, in den letzten Wochen weiterentwickelt? Das ist die eine Möglichkeit, um auf schnelle Art und Weise die Sichtbarkeit weiter zu prüfen. Blicken wir nun aber zum Schluss noch ins Monitoring. Zum einen können wir prüfen, wie sich die Besucherzahlen entwickelt haben. Auf Basis der Google Analytics-Daten haben wir nun die Möglichkeit, verschiedene Filterfunktionen zu nutzen. Beispielsweise, wie viele neue organische Besucher im Zeitraum X entsprechend über diese URL auf unsere Seite kamen. Oder wie sich die Besuchszeit verändert hat. Eine weitere, fast noch viel spannendere Analyse ist dann mithilfe der Search-Konsole-Daten. Das heißt, wir haben die Google-Search-Konsole angedockt und erhalten jetzt alle relevanten Leistungsdaten zu der URL, wo wir den Content eben für optimiert haben. Sodass wir also sehen, wie sich der Content auf Basis wirklicher Leistungsdaten und nicht nur einzelner Ranking-Positionen verändert hat. Das schauen wir uns jetzt einmal etwas genauer an. Ihr seht in dem Dashboard quasi den Zeitraum von rund drei Wochen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ihr seht die Klicks, ihr seht die Impressions, also wie häufig wurde euer Sucheintrag im organischen Bereich bei Google überhaupt eingeblendet und wie häufig wurde dieser angeklickt. Daraus erfolgt dann eine CTR, eine Click-Through-Rate und der Vergleich zum Vorzeitraum. Das Spannende ist aber jetzt, und jetzt gehen wir in die tiefere Analyse, welche Keywords mittlerweile Sichtbarkeit zu der von uns optimierten Webseite aufgebaut haben. Das heißt, wir sehen, das Keyword papierloses Büro, unser Hauptkeyword, wurde 1641 Mal angezeigt, 162 Mal davon quasi das Snippet in den Serbs angeklickt, was einer CTR von 9,5% entspricht. Bei einer durchschnittlichen Position von 2,3. Spannend ist aber jetzt zu sehen, wie viele weitere, ich nenne sie immer gerne neben Keywords, entsprechend ebenfalls Sichtbarkeit für diese URL aufgebaut haben und wie diese sich im Vergleich zum Vorzeitraum verändert hat. Das heißt, wir sehen sehr schön, welche Keywords Klicks generieren, wie häufig sie angezeigt wurden und daraus resultierend können wir auch weitere Potenziale für unsere redaktionelle Umsetzung entsprechend identifizieren. Beispielsweise, wenn ein Inhalt auf Position 9 oder 10 war, eine gewisse Reichweite mitbringt, Klickrate entsprechend gut ist, besteht die Möglichkeit zu überlegen, ob man einen weiterführenden Text zu diesem Thema konzipiert, ob man den bereits vorhandenen vielleicht noch etwas ausführlicher gestaltet, um Google eben noch mehr Relevanz zu geben und so quasi die Hoffnung zu haben, dass dieser in den kommenden Wochen weiter an Sichtbarkeit gewinnen kann. Also eine ganz spannende Information, nicht nur rein auf Basis der Ranking-Entwicklung, die mir zunächst ja mal nicht sagt, was das in Zahlen bedeutet. Also wenn ich von Position 5 mich auf Position 3 verbessert habe, wäre es natürlich schön zu wissen, was bedeutet das in absoluten Zahlen. Und da hilft mir entsprechend die Search-Konsolen-Darstellung, dass ich das besser verifizieren kann. Zu guter Letzt analysieren wir auch die Backlinks nur für diese URL und zeigen dir, wie viele Backlinks gibt es und wie hochwertig sind diese. Hochwertig in Anführungszeichen in Form von verschiedenen Parametern, Domain-Rank, Link-Popularität, Domain-Pop und so weiter. Rein inhaltlich bewertet müsst ihr das Ganze selbst, weil auch Themenrelevanz ja mittlerweile sehr wichtig im Bereich des Backlinks-Aufbaus ist. Aber man erhält so einen sehr schönen Überblick und kann überprüfen, ob es sinnvoll sein kann für den nächsten Sichtbarkeits-Boost, sofern du nicht auf Position 1 bist, entsprechend den ein oder anderen Backlink gezielt aufzubauen. Ja, das war mal die Content-Suite etwas ausführlicher dargestellt. Und zu guter Letzt möchte ich dir noch zeigen, dass mit dem Zeitpunkt der Content-Erstellung das Thema ja nicht beendet ist. Möchtest du nun nach einer gewissen Zeit den Content nochmal anfassen, optimieren, hast du jederzeit die Möglichkeit, in einer der zuvor umgesetzten Briefing-Elemente wieder reinzugehen. Das heißt, wenn du dir zunächst die 5 Themen-Keywords für einen Artikel ausgewählt hast, der eher ein Thema sehr spitz durchleuchtet, nicht holistisch geprägt ist, Du aber jetzt das ändern möchtest, gehst du einfach wieder in die Themen-Keywords rein, veränderst deine Themen-Keywords und dann kannst du diesen gesamten Prozess erneut durchdeklinieren. Du bekommst neue Terme, kannst deine Ziele, die du zuvor festgelegt hast, modifizieren und dann im Content-Editor entsprechend deinen Text ergänzen, erweitern bzw. optimieren. Also du siehst, das Thema Content-Erstellung ist keine einmalige Sache, sondern ein Prozess. Es ist wichtig, regelmäßig auch bestehende Inhalte neu anzufassen, zu überprüfen auf Aktualität und ob der Suchintent sich gegebenenfalls mittlerweile verändert hat bzw. der Wettbewerb vielleicht so gut geworden ist, dass es sinnvoll ist, den eigenen Textinhalt noch einmal neu bzw. umzugestalten. Solltet ihr Fragen haben, ich habe es bereits am Anfang gesagt, stehen wir euch jederzeit gerne mit einem kostenlosen Webinar zur Verfügung. Wir zeigen dir sehr gerne, sehr ausführlich auch auf dein Projekt bezogen, wie du mit der Content-Suite zielführend hochwertige Inhalte, datengestützt auf Basis deines Content-Ziels entsprechend umsetzen kannst.